Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge der Gegengrade. Heute mal mit einem komplett neuen Thema. Etwas, was wir noch überhaupt nie besprochen haben und auf gar keinen Fall mal wieder in irgendeine Art Therapiestunde abdriften wird, weil ein überzeugender Auftritt der Eintracht in Nürnberg hat uns heute mal ganz neue Gesprächsthemen, oder? Ja. Nicht? Nee. Hallo Anna. Es gibt dieses GIF, here we go again, aus diesem Computerspiel, das ich nicht kenne, aber insert it here. Ja, es fällt mir halt schwer, gerade meinen Sarkasmus unter Kontrolle zu halten, weil, mal ganz ehrlich, eigentlich dachte man so, na gut, wir waren alle genervt nach Bielefeld, ja, aber irgendwie so im Hinterkopf war ja doch so, naja, kommen drei Tore aufgeholt, irgendwie noch einen Punkt geholt, richtig guten Fußball gespielt. Den Schwung nehmen wir doch jetzt mal mit nach Nürnberg und dann... Dann kam der Dieter-Effekt. Dann kam gar nichts. So habe ich es genannt am Freitag. Der Dieter, weil er bei uns im Stadion war, spioniert hatte, oder? Ja, ich weiß nicht genau, weil er sich selbst zum Trainer gemacht hat und offensichtlich der einzige Mensch ist, der versteht, wie der Nürnberger Kader funktioniert. Ja, ist ganz spannend, finde ich, wie sowas dann, wie so Diskussionen dann mit ein bisschen zeitlichem Abstand nochmal einen neuen Dreh bekommen, weil nach Bielefeld konnte keiner hören, ja, die Moral, die Moral. Und jetzt stellt sich fest, dass es irgendwie doch der einzige Faktor gewesen ist, der einen so ein bisschen daran hat glauben lassen, dass vielleicht noch irgendwie was funktionieren würde. Und jetzt haben wir nicht mal das. Also ich würde mich gerne darüber ärgern, dass der Trainer schon wieder über Moral gesprochen hat, weil wir das 2-0 aufgeholt haben. Weil wir dann wenigstens einen Punkt geholt hätten. Oder hätte, wäre. Das Spiel der Konjunktive. Ja, der Trainer, um das vorwegzunehmen, ihm fällt offensichtlich auch nicht mehr allzu viel ein. Muss man leider ganz ehrlich feststellen, weil wer nach dem Spiel in der Pressekonferenz sagt, naja, bis zum 0-1 haben wir kein Gegentor bekommen oder so ähnlich hat er das ausgedrückt. Ich denke, ja, das war so Icke Hässler. Wir sind nach Bremen gefahren, wollten kein Gegentor bekommen. Das hat bis zum Gegentor auch ganz gut geklappt. Da macht sich offenbar ein bisschen Ratlosigkeit breit. Und jetzt mal ganz ehrlich, um auch das schon mal vorwegzunehmen. Sieben Punkte aus zwölf Spielen und jetzt lassen wir das Derby verlieren. Naja. Ich mag Michael echt gerne und ich finde nach wie vor, er ist ein kompetenter Trainer, der auch gut zur Eintracht passt. Aber wenn das mit dem Derby schief geht, dann wird es echt eng für ihn. Ja. Die Frage ist halt, was willst du machen? Also, ne, weil vor der Saison sagen alle, die gehen eh runter. Dann schlagen wir uns über Phasen der Hinrunde ganz gut. Und jetzt stehen wir irgendwie da, wo alle gedacht haben, dass wir stehen würden. Und dann matcht man den Erwartungen nicht. Ich kann das total verstehen, weil die Bilanz ist schlecht und reicht auch so einfach nicht. Also, so Spiele, und ich verstehe es auch nicht. Also, ich verstehe, wir können das Spiel fast nicht in den zerfaserten Einzelheiten besprechen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie ich eine Mannschaft Fußball spielen sehe, wie die Braunschweiger Eintracht eine Woche vorher gegen Bielefeld 70 Minuten lang, nämlich zwischen Minute 20 und 90. Weil sie da zeigt, dass sie das kann, um dann am Freitag sowas abzuliefern. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine, gut, immerhin schaffen sie es, die ersten 20 Minuten kein Gegentor zu kassieren. Vielleicht wird das auch irgendwie schon als Hausaufgaben gemacht, eingeordnet, weiß ich nicht genau. Aber das entzieht sich doch arg meinem Verständnis, muss ich wirklich sagen. Wobei man muss schon sagen, ja, sogar die erste Halbzeit ohne Gegentor gewesen, aber auch ein bisschen mehr Glück als Verstand dabei gehabt. Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe das Spiel gesehen mit einem Menschen, der sich aus unterschiedlichen Gründen ganz gut so mit Statistiken etc. auskennt. Und er hat gesagt, dass Nürnberg den niedrigsten Expected Goals-Wert der Liga hat. Ich glaube, den haben sie ein bisschen aufpoliert in diesem Spiel. Ich glaube, dass der Expected Goals-Wert relativ hoch gewesen sein muss nach dieser ersten Halbzeit. Allerdings kein Wunder, dass sie da stehen, wo sie stehen, wenn sie nicht mehr aus diesen Chancen Tore umsetzen können. Ja, das Spiel können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken oder abhandeln. Weil, ganz ehrlich, ich habe kein gesteigertes Interesse daran, über das Spiel selber nochmal in größeren Details zu sprechen. Die erste Chance halt durch Dua, den habe ich schon drin gesehen. Der enteilt Kurucai. Verzieht halt. Also auch, ja, sie wäre dann nie und immer drangekommen. Die zweite Großchance oder Ball irgendwo an die Latte. Dann steht einer frei vom Tor, kriegt den Fuß nicht mehr ran und einfach mehr Glück als Verstand. Ja gut, dann kommt die zweite Halbzeit. Etwas, was sonst überhaupt nicht diese Saison passiert ist. Mein Sarkasmus hört irgendwie heute nicht mehr auf. Nach dem Standard ein Kopfball-Gegentor bekommen. Ja, vor allem von der rechten Seite. Ja, auch gut passiert. Es war, keine Ahnung, so ein Déjà-vu-Effekt. Wo ich halt, also baugleich zu dem Gefühl, das ich hatte bei dem frühen Gegentor gegen Bielefeld zu Hause letzte Woche. Also ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Ja, genau. Also alles ist voll mit unseren Spielern und ihr bekommt es nicht hin, da den Ball wegzubekommen. Ist das euer Ernst? Warum? Ja, und dass man dann geknickt ist oder sich hängen lässt, dass man dann das 2-0 kassiert, passt nicht zu der Mannschaft, finde ich. Auch wenn, ich habe es jetzt statistisch nicht geprüft, aber ich glaube, wenn die Eintracht ein Gegentor kassiert, dann kassiert sie auch häufig direkt das zweite. Insofern statistisch gar nicht so selten gewesen oder so selten gesehen in dieser Saison. Aber also lange Hereingabe von rechts, Kopfball-Tor drin, will ich genauso wenig sehen wie Gegentor in den ersten 10 Minuten. Das ist einfach zu oft passiert. Ja, das zweite Tor, ja, das war schon so ein bisschen, ja, da hat das Team echt, ja, sie auch in den Stich gelassen, muss man sagen. Also, der durfte Fall durchlaufen macht das natürlich auch gut, muss man auch sagen, ist auch gut abgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch so ein völlig überflüssiges Tor gewesen. Anders als gegen Bielefeld hatte man aber auch nie, oder hatte ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, nie die Wahrnehmung, da geht noch was. Nee, das Spiel war einfach schlecht, 90 Minuten lang auch. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, die Mannschaft hat ja oft genug keinen schlechten Fußball gespielt. Und das ist einfach ärgerlich, dass so ein Spiel, und das hatte ich vor allen Dingen vorhin auch schon gesagt, so Spiele wie gegen Nürnberg, die passieren, und das ist grundsätzlich auch völlig in Ordnung. Also, jede Mannschaft liefert in jeder Saison solche Spiele ab, wo man sich als Fan danach an den Kopf fasst und denkt, was ist da passiert genau? Aber, noch mal, deshalb ärgere ich mich darüber, dass wir gegen Ex-Tabellenführer Darmstadt keinen Punkt geholt haben. Weil wir haben in Spielen keine Punkte geholt, in denen wir hätten Punkte holen können. Und damit hast du einfach keinen Kredit für solche Spiele und für solche Ausfälle. Sondern da, wo du deine Leistung abrufst, da, wo du gegen Bielefeld 70 Minuten lang den Ball hast, musst du, so absurd es klingt, musst du trotz 3-0-Rückstand 4-3 gewinnen. In der Situation, in der wir uns befinden. Weil du in der 70. Minute den Ausgleich machst und noch 20 Minuten Zeit hast, da in Führung zu gehen. Und ich weiß, dass das irgendwie groteske Forderungen sind, auch in Anbetracht der Tabellensituation und des Kaders etc. Aber dann darfst du halt so, wie gegen Nürnberg, gegen direkten Konkurrenten, darfst du dann eben so nicht auftreten. Dann musst du eben immer, immer unentschieden spielen. Wenn du immer unentschieden spielst, dann hältst du auch die Klasse. Die eischörende Taktik, wir erinnern uns, hat schon mal geklappt. Bin ich völlig bei dir. Kiel, genau dasselbe. Da musst du noch den Ausgleich machen und musst du noch den Punkt retten. Ja, einfach schlecht gespielt. Kein Kredit für diese Art Spiele, bin ich völlig bei dir. Damit würde ich es schon mal, was das Spiel an sich angeht, ehrlich gesagt belassen. Weil scheinbar hat Nürnberg oder hat Hacking es gut geschafft, bestimmte Elemente im Eintrachtsspiel zu dekodieren. Von Ferai war wenig zu sehen, bis auf die eine Chance, was er schick macht, wo er ein Torwart fast überlistet. Und dass sich Multhaubt in einer sehr guten Form befindet, das hatte sich auch rumgesprochen. Dann haben sie auch ziemlich aus dem Spiel genommen. Und ansonsten waren da lange Bälle und mehr war da eigentlich nicht. Also man kann viel diskutieren über die Abwehrschwächen, weil jetzt ist auch noch Gächter ausgefallen und nochmal umgebaut. Und Pipapo und du hast überhaupt gar keine Ersatzspieler mehr für die Defensive auf der Bank. Du musst da noch einen Landesligaspieler hinsetzen, damit überhaupt die Bank voll kriegst. Und nach dem Motto kann man über alles reden. Aber in der Offensive hat das alles nichts zu sagen oder nicht zu gelten, weil da konntest du mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Ja, ist nichtsdestotrotz natürlich auch, wir sind da schon sehr gut auszulesen. Ohne Ferai geht bei uns eigentlich nichts. Und wenn es, ich meine Nürnberg ist halt nominell besser besetzt als Bielefeld. Bei Bielefeld hat es nicht geklappt, den 90 Minuten lang aus dem Spiel zu nehmen. Über weite Strecken ist er da eben komplett entwischt. Und dieser auch Abstiegskampf gebeutelten und verunsicherten Defensive könnte man jetzt auf Nürnberg auch anwenden, das Argument. Nichtsdestotrotz ist der Kader halt solide bis gut, der Nürnberger Kader. Und wenn das klappt, also wenn da dieses Einschwören auf diesen einen Schlüsselspieler funktioniert, das bleibt ja anderes als irgendwie lange Bälle auf die Außen, um dann irgendwie zu versuchen durchzukommen. Ich weiß, das ist einfach schwierig, weil ich auch, ich meine, Ferai, der ist ein junger Typ, war lange verletzt. Wir dürfen von dem nicht verlangen, dass der uns in der Klasse hält. Nee, darum geht es nicht. Also das war überhaupt keine Kritik an Ferai. Nee, 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 das weiß ich, das weiß ich. Der kann nicht das Spiel der Eintracht allein auf seine Schulter nehmen, auch wenn er das manchmal versucht. Es geht mir mehr darum, es gibt ja Leute, die Fußball spielen können. Also ich meine, Muldhaub kann Fußball spielen. Endo, gut, der kam eher zum Ende, der kann ja Fußball spielen. Uccia, Winsheimer und so weiter. Also es gibt genügend Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Nikolaou, wann habe ich zuletzt mal von dem wirklich schönen Pass in die Tiefe gesehen? Das kann der Baum, warum kommt das nicht? Das sah so ein bisschen nach Ratlosigkeit aus und das leitet ein bisschen über zu der Frage, die wir noch letzte Woche eigentlich verneint hatten. Nämlich rückt dann jetzt doch mittlerweile, das war auch ein Thema, oder eine Frage an uns von Twitter, rückt dann nicht langsam mal wieder der Trainer in den Fokus? Einer, der sich das sehr genau angeschaut hat, ist mein lieber Jussi, der dazu einen, empfehle ich jedem, einen sehr lesenswerten Artikel darüber geschrieben hat, auf 210.de. Im Bias steht der Trainer zur Diskussion, der sieben Punkte hat, die nach seinem Dafürhalten Michael Schiele sich mal überlegen sollte und das im Laufe dieses Artikels auch sehr, sehr gut begründen kann. Die Torhüterfrage, die Daten sehen Hoffmann vorne. Jussi greift auch nochmal auf, dass GSN die Statistik befragt hat und gesagt hat, es gab insgesamt sechs Treffer, die ja, sie Hater verhindern können, also sehr gut für Hater verhindern können. Er sagt, das Teampressing würde jetzt nicht mehr funktionieren. Man läuft die Spieler einzeln an, gewinnt aber nicht oft den Ball. Auch die Pressinghöhe seien neu zu überlegen. Umschaltfußball klappt nicht mehr, weil das auch natürlich ein Mittel ist. Jetzt meine Interpretation, was mittlerweile bei jedem Gegner angekommen ist, dass man das unterbinden muss und wie man das unterbinden kann. Positionsspiel, besonders im Aufbau im letzten Drittel, war besonders in der ersten Hälfte gegen Nürnberg ein Problem. Wenn das Umschaltspiel nicht mehr funktioniert, muss das Positionsspiel funktionieren. Das tut es aber auch nicht. Irgendwann gehen die halt die Mittel aus. Standards. Da haben wir beiden schon oft genug drüber gesprochen. Etwas, was Jussi Andermann ins Feld führt, in der dritten Liga war eine Stärke von uns, das Gegenpressing. Da haben wir oft einen Ball gewonnen, dadurch auch eben schnell umschalten können, weil wir früh einen Ball bekommen haben. Das ist kaum noch vorhanden. Ich weiß auch nicht, warum Michael das nicht macht. Und man sei insgesamt zu passiv. Man müsste vielleicht über taktische Umstellen überlegen, aktiv als Mannschaft zu agieren und die Spieler mehr ihren Stärken, ihren Stärken zufolge einzubinden. Also Endo ist ja so ein ewiges Thema bei Jussi gewesen, dass er einfach falsch eingesetzt wird und seine Stärken gar nicht ins Feld führen kann. Das ist für mich die eigentlich spannende Diskussion. Wie gesagt, lasst uns mal das Derby verlieren. Dann kommt automatisch die Trainerfrage von den Fans garantiert. Ist Schiele Opfer der Personalsituation, der vielen Ausfälle? Oder steckt da eventuell doch mehr hinter, wo man sagt, ja, natürlich ist das schwierig, wenn man so viele Schlüsselspiele ersetzen muss. Aber erklärt das zum Beispiel das beknackte erste Gegentor? Ja, also ich bleibe dabei, dass ich sehe da nicht die alleinige Verantwortung, sondern sowas wie Stellungsspiel. Ich bin jetzt keine Fußballtrainerin, aber ich glaube schon, dass das Teamzusammenspiel besser funktioniert, wenn du ein Team hast, das zusammenspielt. Und insofern finde ich, also ist die Kritik natürlich gerechtfertigt. Ich sehe die Spiele ja auch. Die Frage ist halt, wie willst du es herstellen? Also, oder lässt es sich herstellen über, ich war jetzt bei Transfermarkt, weil ich im Rasenfunk gewesen bin am Donnerstagabend. Und das ist lächerlich. Also unter unserer Torhüterposition kommen erst mal irgendwie sieben Erstverletztkreuze. Und wir haben nicht die Mittel, zwei Benkowitsch zu haben, der defensiv stabilisiert und vorne für Standards gefährlich sein könnte, in der Größe und in der Aggressivität, die er mitbringt und für die er auch geholt worden ist. Und wir sind ein Verein, der bestimmte Ausfälle nicht kompensieren kann. Das denke ich schon. Und gleichzeitig ist es natürlich sein Job, dafür Lösungen zu finden. Die frühen Gegentore, das kann ich nicht sagen, wer das zu verantworten hat. Und ich sehe halt nur, dass das Team trotzdem so spielen kann, wie es das gegen Bielefeld phasenweise tut. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, warum wird das nicht zuverlässig, ohne drei Gegentore zu beginnen, abgerufen? Wenn das eine Trainerfrage ist, dann stelle ich sie hiermit auch. Das kann ich aber tatsächlich nicht bewerten. Und zum Torhüter, ist es so, ich pflichte bei und ich widerspreche gleichzeitig. Weil ich auch der Meinung bin, dass man Jassi hätte als zweiten Torhüter in die Saison schicken können bis sollen. Weil er, glaube ich, dafür auch der Typ ist, der sowas ohne Stunk zu machen, mitgetragen hätte. Weil so dieses, ja, aber die und die hat er doch super gehalten, heißt ja nicht, dass es ein anderer Torhüter nicht eben so gemacht hätte. Gleichzeitig halte ich wenig von der Idee, ihn jetzt zu wechseln. Auch das ist eine Frage von Twitter. Die Torhüter-Diskussion noch mal aufgegriffen. Es gibt da zwei Blickwinkel. Das eine ist, wir Fans können darüber, das ist unser gutes Recht, das ist auch nötig, wie ich finde, darüber diskutieren. Meine Meinung, also Jussi führt ja Zahlen ins Feld. Das ist auch gerechtfertigt. Das muss man auch machen. Der Diskussion muss man sich auch stellen. Das tut Schiele zum Beispiel auch nicht. Und sagen, gut, da steht nochmal auf dem Zettel, das kann man hinterfragen und diskutieren, aber da stehen nochmal sechs Gegentore, die er hätte verhindern können. Und sechs ist schon mal eine ganze Menge. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, es gibt kein Automatismus, das stellst du Hoffmann ins Tor. Alles besser wird, weil der ist nicht, der hat keine Spielpraxis, nicht eingespielt mit dem Team. Wir dürfen nicht vergessen, der hat zwei Spiele gespielt, die haben wir beide verloren. Also auch, dass kein Siegesgarant, dadurch, dass ein Tor da wechselt. Das ist die eine Seite. Die andere ist, die andere Ebene, auf der man das diskutieren kann oder muss, ist, Schiele hat ihn nun mal zum Kapitän gemacht. Und nochmal, wenn Jasi nicht drei Spiele alleine verliert, dann gibt es für einen Trainer dann kein Argument zu sagen, Käpt'n, setz dich mal auf die Bank. Das sehe ich auch. Weil in Nürnberg, ganz ehrlich, ein Jasi lag es nicht. Überhaupt nicht. Nein, und das ist halt genau der Punkt und das ist die Schwierigkeit, weil er in Situationen gebracht wird durch die Defensive, wie du sagst, dieses, dass der Köpfen kann nach dem Standard vor dem 1-0. Das ist einfach nicht sein, das ist nicht sein Fehler. und sechs Gegentore sind viel und gleichzeitig ist er nicht, also wir stehen, es ist nicht, das ist halt alles. Und bei der Tatsache, irgendwie ist es ein bisschen alles, ist es natürlich auch der Trainer. Ist halt nur die Frage, sind die Trainer-Einflüsse oder sind die Fehler oder die Unzureichlichkeiten des Trainers so relevant, dass sich ein Wechsel lohnt? Weil wir haben nicht mehr viel Zeit. So, wir haben jetzt das Derby, danach ist es super Druck auf dem Kessel, weil 96 auch, die haben noch kein einziges Spiel gewonnen in diesem Jahr. und ich habe es jetzt heute nicht gesehen, ich habe gehört, die ersten 20 Minuten waren wohl ganz gut, das kommt uns ja super zu pass, weil in den ersten 20 Minuten spielen wir ja super Fußball. Vorteil ist egal, weiß ich nicht, es ist halt das Derby, das läuft sowieso unter eigenen Regeln. Wir müssen es halt gewinnen. So sieht es aus. Führt kein Weg dran vorbei, weil wenn man das Ding zu Hause in der Tabellensituation nicht gewinnt, führt kein Weg dran vorbei. Also A, das Schöne ist natürlich, das kann die Stimmung drehen lassen in Braunschweig, wenn man das Derby tatsächlich gewinnt. Das andere ist, nach dem Katastrophenauftritt von Bielefeld gegen uns, schmeißen die Trainer raus, dann gewinnen sie mal eben gegen Tabellenführer. also das ist die letzte Patronen, die man oft hat. Ja, aber man hat sie halt. Ja, also hier wiederum kenne ich eine Statistik, langfristig lohnt es sich in der Regel nicht. Langfristig lohnt es sich nicht. Frage ist, ist es jetzt kurzfristig genug? Es ist noch eher die Frage, bei der schwierigen Saison, die uns von vornherein bevorstand, also das hat ja glaube ich niemand in Abrede gestellt, dass das eine schwierige Saison wird. Tut es Not, Verträge vom Sportdirektor und vom Trainer vorzeitig zu verlängern? Musste das sein? Nee, also die kommunikative Situation der Trainerverlängerung kann ich irgendwie, wenn überhaupt noch ein bisschen nachvollziehen, so zum Rückrundenauftrag, dass man sagt hier, wir denken tatsächlich nicht, das ist ja der Vorwurf, den ich der sportlichen Leitung auch vehement und nach wie vor mache, wir denken nicht nur bis zum Saisonende, sondern wir wollen hier weitermachen, zusammen, wir haben irgendwie eine, oder fangen an eine Idee zu entwickeln. Und jetzt alle zusammen. Aber bis auf irgendwie clevere Kommunikation aus sportlicher Perspektive ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Und in diesem Duo zumal nicht. Wir sind ja auch gefragt worden, warum finden wir die Schiele-Verlängerung okay oder ich und die Vollmann-Verlängerung nicht. Für mich ist Vollmann einfach kein Zweitliga-Manager. Das, was er da liegt an Arbeitsweisen, finde ich nur am Rand professionell. Ja, es sind aber natürlich emotionale Argumente, den Vorwurf lasse ich mir auch gefallen. Ja gut, es gibt gute Argumente, also für und gegen. Das haben wir auch vor einer Weile schon mal besprochen. Also ich fürchte, dass ein Peter Vollmann tatsächlich einen wirklichen langfristigen Neuaufbau in Braunschweig wirklich, dass das keine Hilfe sein wird. Weil dazu war das bisher schon alles zu sehr Stückwerk und ich lasse das Argument halt auch nicht gelben. Das erste Mal ist ja alles auf den Klassenerhalt gesetzt. Selbst wenn du die Klasse hältst, wie viele Spieler, also mit wie vielen Spielern musst du jetzt verlängern, wie viele Leihspieler hast du schon wieder, die du ersetzen musst und und und. Also tut mir leid. Justi hat es mal auf Twitter geschrieben und das finde ich eigentlich ganz nachvollziehbar. Wir haben eigentlich jetzt die letzten Jahre bewiesen, dass die Art, wie wir es gemacht haben, nicht wirklich funktioniert, nicht nachhaltig funktioniert. Dann lass es doch mal eine scheiß Saison mit Global Soccer Network zusammenspielen, alles auf Daten setzen und wenn das auch nicht klappt, dann hält er halt die Klappe. Aber dann hat man es wenigstens mal ausprobiert. So und bisher muss man sagen und da wird es halt auch wirklich schwierig gegen anzuargumentieren. Leider, was heißt leider, Global Soccer Network haben halt im Regelfall recht. So mit den Argumenten, die sie bringen, darüber kann man immer trefflich streiten, aber es wird oft sehr schwer gegen das, was sie ins Feld bringen, anzuargumentieren, weil da steckt halt, sag ich mal, vorsichtig eine Menge Wahrheit drin. Ja, zumindest langfristig. Also ich glaube schon, dass Fußball so komisch ist, dass sowas auch über einen relevanten Zeitraum, der total wichtig sein kann, außer Kraft gesetzt werden kann. Aber über die Länge der Zeit ist halt Statistik wahrscheinlich eben nicht. Tja, wir reden schon viel über die fernere Zukunft und über die Vergangenheit. Im Moment müssen wir uns, glaube ich, erst mal mit diesem komischen Ort, da wir es sich von Peine beschäftigen. Also die Voraussetzungen sind ja klar. Beide Teams kommen ziemlich angeschlagen. in die Hamburger Straße, spielen gegeneinander. Du hast es gesagt, Hanoi noch kein Spiel gewonnen dieses Jahr. Eintracht sowieso mittlerweile abgerutscht auf einen direkten Abstiegsplatz. Es wäre für beide Teams jeweils eine Art erst mal ein Befreiungsschlag, wenn sie das Spiel gewinnen würden. Das riecht nach so einem 0 zu 0, oder? Also ich glaube, es wird ein furchtbares Spiel. Ganz glaub ich, ja. Weil, also, das, was ich von 96 gesehen habe, diese Saison war jetzt auch kein Leckerbissen. So dieses Spiel, wo waren die da? Regensburg und dann auch Fürth, habe ich auch teilweise gesehen. Ja, die Stürmer befinden sich da halt irgendwie in chronischen Formkrisen, beziehungsweise der Stürmer, der jetzt gerade so ein bisschen Aufwand bekommen hat, Henrik Weidern, der hat sich frisch verletzt. Insofern, ja, die sind offensiv nicht gut in Form. Defensive kann ich nicht bewerten. Zieler ist schlechter in Form als in der Hinrunde. Insofern, ja, ein Leckerbissen. Vielleicht zwei Platzverweise, da würden wir was aufreden, oder was passieren wird. Wenigstens das. Aber, ey, guck mal, wir spielen zu Hause. Ja. Wir müssen, wir gewinnen das einfach. 1-0. Das wäre... Durch ein Standardtor. So, ich lege mir jetzt fest. Nee, nee, viel verrückter nach einer Ecke. Nein. Aber das ist jetzt ein bisschen zu verrückt. Nee, nee. Und nicht direkt verwandelt. Wie schon zweimal diese Saison. Oh, ja, das stimmt. Nein, das ist so richtig... Mal gucken. Vielleicht, vielleicht, vielleicht spielt ja schon wieder Benkovic. Lars Rücker von der Braunschweiger Zeitung hat das ja getwittert. Er ist zurück in Braunschweig. Und es hieß ja eigentlich, er kommt nur zurück nach Braunschweig, wenn er fit und einsatzfähig ist. Das wäre natürlich... Also, kleine Hoffnungsschimmer, dass er, weiß ich nicht, zumindest die ersten 20 Minuten spielen kann. Das sollte ja schon reichen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, als er kam, war er ja auch irgendwie 24 Stunden in Braunschweig und dann direkt gespielt. Ja, er hat ja eine Stunde mit dem Trainer gesprochen und dann war er in der Startelf. Das war seine Vorbereitung. Ey, wir gewinnen das einfach. Ja, irgendwie. Bla, bla, lirum, larum und dann ab die Post. Und dann ist die Stimmung auch wieder gut. Und in der Situation, in der wir sind, sind drei Punkte halt auch viel. Das darf man auch nicht vergessen. In der Situation, in der wir sind, sind drei Punkte gegen neu gefühlte neun Punkte, würde ich sagen. Das wäre richtig, ja. Also, irgendwie, irgendwie das Ding gewinnen. Ja. Und, ja, zu Hause, wir sind ja schon ein Stückchen besser zu Hause. Also, auch wenn wir gerne uns mal drei Tore empfangen, aber wir kommen ja noch mal irgendwie trotzdem wieder ran. Ja. Holen manchmal sogar noch einen Punkt. Und wenn wir vielleicht keinen Gegentor mal kassieren, dann ist ja die Chance dann doch da. Und sei es durch ein oder zwei genialen Momente. Ja, mal gucken. Abschließend gesagt, es wird sich ein bisschen zeigen, ob oder welche Rolle der Trainer da spielt. Ja, und auch prinzipiell, ne? Der Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans und so. Also, wenn die sich Sonntag hängen lassen, dann wird es halt echt ungemütlich. Ich kann nicht da sein, aber ich bin so genervt. Ich kann mir viel vorstellen, Anna, aber nicht, dass sich das Team da hängen lässt. Also, es hat sich ja auch in Nürnberg nicht hängen lassen. Die haben einfach nur scheiße gespielt. So, aber es sah ja nicht danach aus, als ob sie dann wie keinen Bock hätten oder sich nicht reingehauen haben. Nee, sowieso nicht. Aber ich habe halt... Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Wenn die... Oh, nee. Nee, nicht mal dran denken. Nein. Nein, nein. Denkverbot tut mir leid. Ah, das wäre auch... Wird nicht passieren. Aber sie hat selbst so ein scheiß Unentschieden hilft uns eigentlich nicht weiter in der Situation. Ja, nur wenn wir zurücklegen und dann noch ausgleichen, dann meinetwegen auch das. Aber nee, nein, eigentlich... Nee, ganz ehrlich, ja gut, Derby verlieren habe ich keinen Bock drauf, aber es wäre... Du meinst zu Hause? Nein, nee, nein. Deshalb muss ich sein. Nein, nein, denken wir gar nicht dran. Nein, 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 nein. Wir gewinnen das 1-0 und fertig. So. Tor von Bonka oder so, keine Ahnung. Ja, irgendwas total absurde. Irgendwas total Schräges, ja. Das wäre cool, ja. So ein Solo-Lauf und dann zippert das Ding aus, weiß nicht, 20 Metern in den Winkel oder keine Ahnung, irgendwas völlig Beklopptes. Naja. Wir werden das nächste Woche hier besprechen. Ja, ich habe mal so die Wahrnehmung, also bei Sieg oder Niederlage ist es, wird es so ein bisschen stehen wir am Scheideweg, nach oben oder nach unten, weil wenn wir das Ding verlieren, da wird es in jeder Hinsicht echt grausam. Ja. Und so ein Unentschieden, das ist so, boah, ja, das nervt alle nur ab, glaube ich, auch wenn es wenigstens kein verlorenes Derby ist, aber... Ja, es käme aufs Wie an, weil du kannst sehr, sehr unterschiedliche Unentschieden sehen. Ja, das stimmt. Aber es bringt uns halt irgendwie alles nichts. Also wir müssen, also abgesehen davon Derby, die Stars, wir brauchen halt einfach auch... Die Punkte. Wir müssen halt gewinnen. Also hilft ja nichts. Irgendwo müssen wir die Punkte herholen und wenn wir sie im Derby holen, umso besser. Mal ehrlich. Und wenn ich gegen diese Hanneuer, im Moment in dieser Formkrise stecke, gegen wen denn dann? Gut, das habe ich gegen Bielefeld auch schon gesagt. Ja, ich möchte, glaube ich... Ich fand es halt echt schwierig, also... Ja, also schlagbar sind die auf jeden Fall. Sie sind auch schlagbarer als in der Hinrunde, wo sie ja so einen ganz guten Start erwischt haben insgesamt. Aber ja, ja, wird sich zeigen. Ich meine, gegen Ex-Spieler zu spielen, ist immer salzig. Im Derby zumal. Also watch out, Aui. Ja, das ist wahr. Mal gucken. Vielleicht lichtet sich das Lazarett, war ich da. Dekade soll ja auch wieder gesund sein. Ich weiß nicht, mit Angst würde ich das bei mir gar nicht mal... Mit Angst würde ich das gar nicht mal beschreiben wollen. Aber das ist so... Hoffentlich geht es bald los, weißt du? So dieses Abwarten müssen jetzt bis zum Sonntag. Und boah, nee. Ich will es hinter mich bringen. Ja. Oh Gott, das wird eine anstrengende Woche. Das wird eine sehr anstrengende Woche. Gut, dass Tobi im Urlaub ist. Gebegrüßung. Ja, ja. Gut, Anna. Also, summa summarum. Wir könnten am Streideweg stehen und wir sind so ein bisschen ratlos, weil das letzte Wort ist nicht gesprochen. Auf der einen Seite, ja, verletzten Orge. Auf der anderen Seite, rechtfertigt das alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, auch nicht. Naja. Es ist... Und gleichzeitig, ja, wissen wir auch, wie mächtig halt Dynamiken sind im Fußball. also, guck dir Schalke an. So die, das ist, das hätte keiner gedacht, aber wenn du einmal, das ist so oft so, wenn du einmal in der Spur bist, das war bei uns in der Hinrunde so, in einem guten Sinne, das ist jetzt gerade so, in einem schlechten Sinne. Es ist schwer, da rauszukommen, wenn es scheiße läuft. Ja. Das sind alles Plattitüden, aber es sind Plattitüden, weil sie sich halt jede Saison immer wieder bewahren. Ja, guck dir Bochum an. Ja. Also, da waren die Fans ja schon so, komm, wir verlieren jetzt sowieso jedes Spiel. Scheiß drauf halt eben, dann geht es da zurück in die zweite Liga. Ja, gut, gewinnt manchmal 2-0 in Köln. Und hier Punkte, da Punkte, aber auf einmal sieht es gar nicht so schlecht aus. Du musst halt im Abstiegskampf ein bisschen was mit deinen Standards anfangen können. Magdeburg, genau dasselbe. Ja. Die waren ja auch, ey, komm, meld das Team ab, hat doch alles keinen Sinn mehr. Völlig easy peasy ins Mittelfeld. Ja. Ja, und es ist ja, also, die rechnerische Distanz ist ja gar nicht so groß, wenn man ne, es ist halt, es ist halt die Tendenz und die zeigt leider sehr stark nach unten im Moment. Ja, das war wahr. Das ist das Problem. War. Aber wir werden vielleicht am Sonntag eine Trendwende erleben. Stell dir mal vor, so ein, manchmal gibt es ja so ein Spiel, weißt du, so ein 5-0 oder so. Manchmal gibt es das ja, manchmal passiert es ja. Total. Wir wechseln überraschenderweise Marc Fitzner ein und dann macht er ein Feierrückstheater vor der Südkurve. Ja, sowas zum Beispiel. Oder zwei, ja. Und dann zwei, ja. Warum nicht? Noch ein Elfmeter hinterher und dann, ja. Ja, alles schon passiert. Ja, alles passiert. Und Bonga trifft. Ja. Alles schon passiert, neben Bonga noch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, es bleibt spannend. In der Tat. Leider. Niemand will Spannung im Fußball. Also, zumindest nicht beim eigenen Verein. Gut, also, der Fahrstuhl ist in Sicht, aber mal gucken. Vielleicht können wir es so abwenden. Das wäre schön. Sehr schön. In diesem Sinne, Anna, ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Danke. Ja, auch. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld des Derby-Rückspiels ist Tobi Gröbner vom Derby-Gegner-Podcast Vorwärts nach weit. Grüß dich, Tobi. Freue mich, dass du wieder in der Gegend gerade zu Gast bist. Ja, moin Thomas. Ich freue mich natürlich auch sehr. Ja. Spannende und interessante Zeiten. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Und ich dachte mir, wir fangen mal an, über das Hinspiel zu sprechen. Ist das okay für dich? Das ist erstmal okay, ja. Wie hast du den Tag erlebt? Fangen wir mal so an. Das heißt, es ist ja schon für uns in der Region so ein aufregendes Ereignis. Wie ist der Tag so für dich gelaufen? Erzähl mal ein bisschen. Erstmal fand ich es sehr schade, Thomas, dass du nicht da sein konntest. Du warst ja beruflich eingespannt. Ja, das war, kann ich kurz einschieben, ziemlich nervtötend, weil ich war in München tatsächlich im Olympiastadion entschieden spielte. Ich musste arbeiten und habe das Derby noch nicht mal, also gar nicht sehen können. Ich habe es nur am Ticker verfolgt, so nebenbei ab und zu mal so einen Blick riskiert. Habe allerdings bei Utschas Führung alle sehr komische Blicke geerntet, weil ich wie so ein Geistesgestörter durch die Gegend gesprungen bin. Aber ansonsten war es ziemlich nervig, das Spiel wirklich nur am Ticker sehen zu können oder verfolgen zu können. Ja, das kann ich mir vorstellen. So viel besser war es im Stadion, aber auch nicht, kann ich dir dazu sagen. Zumindest als 96, fände ich. Ja, wie habe ich den Tag erlebt? Ich bin, ich glaube, ich bin an dem Tag sogar tatsächlich erst am Spieltag nach Hannover gereist. Ich wohne ja jetzt in Göttingen, ich wohne nicht mehr in Hannover und bin dann also zum Spiel nach Hannover angereist. Ich hatte Karten für die Osttribüne, also ganz elitär, kann ich dir sagen. Und ja, erst kurz was Frühstücken gewesen, dann schön zum Stadion in Erwartung natürlich eines hohen Heimsiegs, ist ja klar, ihr wart gerade mit dem ersten Sieg, glaube ich, in der Saison so richtig angekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, wo habt ihr so gut wie alles verloren? Und da haben wir auch noch, glaube ich, im Gespräch darüber philosophiert, dass es vielleicht so unzeit sogar gewesen ist, das Heimspiel gegen Nürnberg. Und ich meine, war das nicht sogar Ucchers erstes Tor für euch? Ja, tatsächlich, überhaupt sein erstes Tor nach zwei Jahren gegen Nürnberg. Kaufmann hat da, glaube ich, auch noch getroffen, oder? Ja, genau, Kaufmann doppelt, genau. Ja, warum weiß ich das überhaupt, aber ist egal. Also jedenfalls, hatte ich schon das Gefühl, dass es so ein bisschen zu Unzeit kommt, euer Sieg gegen Nürnberg und 96, fünf Siege am Stück, das war eigentlich eine klare Sache, das hätte eigentlich ein deutlicher Heimsieg werden müssen. Und dann geht man ins Stadion, es ist auch elektrisierende Stimmung, eine schöne Choreo von 96, und von euch kam jetzt nur Geschmackloses, aber das kennt man ja nicht anders, also das war auch zu erwarten, erst die ganzen Müllsäcke, das passt dann noch, aber dann, manche Spruchbänder waren tatsächlich ziemlich drüber, sei es geschenkt, so seid ihr halt und dann geht das Spiel los und man merkt aber sofort, das muss ich leider ehrlicherweise sagen, dass ihr in Derby-Modus gewesen seid und dieses Spiel auch angenommen habt und 96 eigentlich so ein bisschen, es waren noch viele junge Spiele in der Startelf, muss man sagen, Enzo Leopold war ein bisschen überfordert, relativ schnell und das in der zentralen Mittelfeldposition etwas ungünstig und ja, das fing schon schlecht an und hörte auch nicht viel besser auf, also das Tor, was du gerade angesprochen hast und die Ekstase in eurer Kurve, zum Glück kamen wir dann zurück, ein Spieler, den ich dann doch verziehen habe, dass er irgendwann mal in einer anderen Stadt gespielt hat, der dann auch noch eigentlich kurz vor Schluss beinahe noch das 2 zu 1 macht, also rundum schönes Wetter, es war ein schöner Anreis, es war eine schöne Vorbereitung auf das Spiel, im Stadion selbst war es dann weniger schön und man merkte schon, 96 war nervös, ihr nicht, ihr wart voll da von Beginn an und habt dann auch verdienten Punkt geholt, muss man leider ehrlicherweise sagen. Ja, so wurde es mir auch geschildert und so war auch die Berichterstattung nach allem, was ich da so gesehen habe, ja, ich fand es ganz spannend, weil vor dem Hintergrund, dass ihr ja tatsächlich mit 5 Siegen irgendwie in das Derby gegangen seid und wir irgendwie so, naja, mit Ach und Krach da mal so den ersten Saisonsieg gegen Nürnberg eingefahren hatten, da vorher irgendwie ein Pünktchen in Düsseldorf mal geholt, das war alles, warst du ja schon sehr optimistisch und selbst so wusstest, du sagtest, so 4-1 muss aber schon sein so und ich weiß über Anna, meine Gesprächspartnerin in der Gegend gerade, das ging nicht nur dir so, das muss dann im Stadion doch ein relativ ernüchterndes Erlebnis gewesen sein, wobei man muss noch sagen, das Ausgleichstor von Nielsen war ja vor deutlichem Aus der Ball, muss man ja auch noch dazu sagen, also da sind wir noch ein bisschen beschissen worden vom Schiri, unser sehr neutraler Torwart hat das ja sofort angemerkt beim Schiri, ich verstehe gar nicht, warum das nicht nochmal überprüft wurde, also da habt ihr noch relativ viel Glück gehabt mit dem Punkt, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was du da sagst, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, wenn du also Fesic so beschreibst, dann möchte ich ja anfangen zu schreien, ehrlich gesagt, und beschissen vom Schiri, das hat sich ja dann für uns ausgeglichen, wir werden jetzt seit sieben Spielen beschissen vom Schiri, also wir haben es zurückgezahlt. Anders kann man das ja sicherlich nicht erklären, dass ihr, wie viele Siege jetzt in der Rückrunde, ach nee, gar keinen, Na gut, kommen wir erst mal, den holen wir erst Sonntag, also wir haben, ja das ist ja, nein guck mal, das musst du sehen, also in der Hinrunde, diese fünf Siege am Stück, bevor ihr gekommen seid, das war dann unterm Strich vielleicht doch gar nicht so gut, wie gesagt, man hat euch nicht ganz ernst genommen, also erstmal grundsätzlich zu Recht, ihr seid nicht ernst zu nehmen, aber auf dem Platz hat es sich gerecht und ich glaube, dass das jetzt sogar positiv für uns ist, also Rückrunden Letzter, also jetzt gilt es ja mehr denn je gegen, seid ihr Letzter oder Vorderster, ich weiß es gar nicht so genau, also ihr gehört auf den 18., aber seid glaube ich 17. In der Rückrunden-Tabelle seid ihr 18. Ja, aber in der Gesamttabelle glaube ich, seid ihr noch 17. Das wird sich ja dann ändern, weil wir holen jetzt ja drei Fünfte gegen euch, weil ich sehe, ich sehe ja schon, ihr seid ja auch richtig im Derby-Fieber, euer Trainer Stefan Leitl hat ja gesagt, mir ist auch scheißegal, wer der nächste Gegner ist, das macht das Team ja nochmal so richtig heiß aufs Derby, ne? Da muss ich dir aber ehrlicherweise sagen, es gefällt mir auch nicht so eine Einstellung, also das hätte der Trainer sich auch schenken können, wobei, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, da war ich auch sehr unfair zu ihm, denn er hat gesagt, wir müssen jetzt einfach gewinnen, scheißegal, wer der nächste Gegner ist und da hat er recht und das werden wir ja auch und das dann auf einem wunderschönen Rasen, sich ein Mittelkreis, die man da bei mir im Hintergrund sieht oder ist die mittlerweile weg? Ja, leider nicht, weil wir haben ja schön drauf rumgetrampelt und anschließend 2 zu 0 gegen Heidenheim gewonnen, das war eigentlich ein sehr nettes Erlebnis, also ich habe sehr geschmunzelt, sechs Wochen vorm Derby kommt sowas, ist natürlich jetzt längst vergessen, interessiert keine Sau mehr, also ich muss ja sagen, größeren Rohrkrepiere habe ich im Vorfeld des Derbys eigentlich selten erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, also war schön, ich hatte ja eigentlich gehofft, ihr wiederholt das jetzt nochmal, weil das ein gutes Oben für uns, mal gucken, vielleicht kommt da noch was, wer weiß, mal schauen, was ihr euch noch an lustigen Sachen so ausdenkt. Kira, aber ganz im Ernst, es gab ja schon ganz, ganz viele Aktionen und ich finde, das ist noch eine Aktion, jetzt kann man über ein Hausfriedensbuch denken, was man will, das gehört sich nicht, aber das war jetzt sehr, sehr harmlos, also das gefällt mir besser, als irgendwelche, weiß ich nicht, Schweine durch Städte treiben oder irgendwas zu machen, also das ist, das war glaube ich, ein Schmunzler für ganz Fußball Deutschland, und damit eine nette Aktion. Ja, wenn wir sind jetzt offenbar ganz kurz im etwas ernsteren Modus, ja, absolut bei dir, also war tatsächlich ein Stück weit kreativ und sicherlich kreativer, als irgendwie Schweine mit 96 anzumalen und dadurch die Gegend zu treiben, das sicherlich schon, ja. Aber das zeigt wieder, Landeshauptstadt und Braunschweig. Ja, wie gesagt, ich wollte noch anbieten, jedes Mal, wo du Braunschweig sagst, musst du 5 Euro irgendwie an eine soziale Anrichtung, Robert-Engels-Stiftung, gerne, gerne, das sind die ersten 5 Euro, ja, können wir so machen. Gut, ab jetzt immer, wenn ich das andere Wort sage oder die andere Zahl sage, auch 5 Euro an die Robert-Engels-Stiftung, okay? Sehr gut, ja. Gut, machen wir das so. Ja, das Witzige ist, die Aktion, so ein Schmunzeln ist auch hervorgerufen, hat 6 Wochen vor dem Derby, fand ich einfach sinnbefreit. Also warum? Warum nicht 3 Tage vor dem Derby oder am Derby-Tag selber? Ja, ich kann es dir nicht erklären, also ich musste trotzdem schmunzeln und ich fand es einen schönen Auftakt so in die Wochen vor dem Derby, aber sicherlich wäre es noch schöner gewesen, Sonntagmorgen kommt ihr ins Stadion und dann ist einfach diese wunderschöne und unvergleichliche Zahl in eurem Mittelkreis, also das wäre vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen, befürchte nur, dass man so ganz knapp vorm Derby dann doch nicht in diese Bruchbude reinkommt, wenn man da nichts zu suchen hat. vielleicht hat man da die Gunst der Schunde genutzt. das ist ja spannend, ich meine, dass jemand mal Sehnsucht nach einem schönen Stadion hat und da unbedingt rein will, auch nachts, irgendwie illegal, also kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war von uns. Ich glaube, Robin Kraus, unser Vizekapitän, sagte, ja, fand ich ganz schön, ich bin extra ab und zu ein paar Mal öfter durch den Mittelkreis gelaufen, konnte schon auf 95 plus 1 rumtrampeln, zählt das schon mit 5 Euro. Ich glaube, also weil es für die Robert-Enkel-Stiftung ist, können wir schon mal sagen, komm, das sind auch 5 Euro. Ich schreibe mir das mal auf, ich glaube, es kommt dort ein bisschen was zusammen. Ich mache mir auch einen Zettel. Gut, da steht es also 1 zu 1, okay. Genau, kurz mal zurück, Tobi, was ich ganz spannend finde, ihr habt ja eigentlich schon eine erstaunlich gute Hinrunde gespielt, ihr habt ja sogar so ein bisschen nach oben geschielt, also, wenn ich mir die Fankreise von 95 plus 1 so angeguckt habe, ihr wart ja schon halb aufgestiegen eigentlich, beim fünften Platz nach der Hinrunde. Wie erklärst du dir A, die starke Hinrunde und noch stärker interessiert mich natürlich, wie kommt es jetzt zu diesem Einbruch, also mal ganz kurz ernsthaft sportlich gesprochen, zu diesem Einbruch in der Rückrunde bisher, weil das ist schon bemerkenswert, finde ich, weil bei aller Häme natürlich, die da in mir wohnt und mit aller Freude, mit der ich das beobachte, das ist schon sehr kurios und komisch als Außenstehender. Ja, kurios und komisch und für uns natürlich sehr frustrierend, muss man ganz ehrlich sagen. Fangen wir mal mit der Hinrunde an. Du hast gerade gesagt, wie kam es dazu? Das waren natürlich viele enge Spiele, müssen wir ehrlicherweise sagen. Die ersten vier Spiele gingen nicht besonders gut aus, Leitler hat umgebaut, dann eben eine kleine Siegesserie bis zum Derby. Danach waren es dann immer knappe Dinge. Also wenn wir gewonnen haben, dann war es meist so mit einem Torunterschied und in der Regel dank eines überragenden Ron-Roberts-Zielers. Das müssen wir ja so ganz klar sagen. Dann kommt eine sehr lange Winterpause aufgrund eines sehr unsäglichen Turniers und dann kommst du in eine Vorbereitung, wo zumindest nach außen gesagt wird, es lief alles wunderbar und wir sind bereit und dann hast du den ersten FC Kaiserslautern, der auch eine überragende Hinrunde gespielt hat, genau einen Platz vor dir in der Tabelle steht. Wenn du den schlägst, bist du wirklich, wirklich, wirklich obendran und kannst tatsächlich so ein bisschen anfangen zu träumen, vielleicht nicht, aber zumindest kommst du dann genauso gut in die Rückrunde rein, wie du aus der Hinrunde rausgegangen bist und dann führst du 1 zu 0 nach 45 Minuten, machst kein gutes Spiel, aber ein ordentliches Spiel, hast alles im Griff und dann kommt Lautern aber zurück, wie Lautern eben kommt. Dreckig, schmutzig, beißend, kratzend, wirklich rasenfressend, alle Plattitüden, die man da nutzen kann, kann man nutzen und kauf dir komplett den Schneid ab. Dann hast du an der Seitenlinie eben nicht deinen Cheftrainer, der vielleicht nochmal korrektiv eingreifen kann, sondern du hast den Co-Trainer. Nichts gegen Mijatovic, aber er ist halt nur der Co-Trainer und ist nicht gewohnt, In-Game-Coaching zu machen, die Mannschaft nochmal zu pushen und das hat man dann gesehen. Für mich war das dann ein Ausrutscher auf den ersten Blick, kriegst dann drei Gegentore, verlierst 1 zu 3, schon relativ deutlich, vielleicht auch das andere Tor zu hoch, was dann am Ende noch gefallen ist. Dann fährt man nach Hamburg, kriegt ein 2 zu 0 zumindest oder 0 zu 2, was nicht hätte zählen dürfen, eindeutig. Verlierst da aber, so, und bis dann, schon zwei Spiele Rückrunde, zwei Niederlagen. Und kommst dann irgendwie nicht mehr richtig in den Tritt. Und jetzt fängt der Trainer auch noch an, an seinem Konzept zu zweifeln. Das heißt, er wechselt viel in der Starte, wechselt viel in den Formationen, vergisst so ein bisschen das Fußballspielen, er lässt plötzlich lange Bälle schlagen, hohe Bälle schlagen, willst den zweiten Ball erobern, hast da vorne aber keinen Zielspieler, der den Ball überhaupt bekommen kann. Verlierst regelmäßig Luftduelle und gibst im Prinzip dein Spiel auf, gibst das System komplett auf, spielst plötzlich doch mit Außenspielern, die du in die ganze Hinrunde über nicht brauchtest und nicht hattest. Und das ist für mich dann zu viel, also unglücklich natürlich zum Teil, also Paderborn, das Heimspiel, du führst nach 5 Minuten 2, oder nach 4 Minuten 2 zu 0 und nach 5 Minuten steht 2 zu 1 und am Ende verlierst du das Ding dann auch relativ deutlich, auch wenn es im Ergebnis nicht ganz so deutlich war mit 3 zu 4 und das zieht sich halt wie so ein roter Faden. Schiedsrichterentscheidungen, die zweifelhaft sind, jetzt auch im Spiel gegen Rostock zwei Tore aberkannt bekommen, beim ersten würde ich noch sagen, ist okay, beim zweiten auf gar keinen Fall, dient aber alles nicht als Erklärung. Die Erklärung ist, die Mannschaft hat ihre Linie verlassen, der Trainer hat seine Linie verlassen und wir kommen gerade nicht dazu, Fußball zu spielen, sondern wir machen eigentlich das, was wir nicht können, nämlich hoch und weit, bringt Sicherheit und irgendwie kriegt der Ball, kriegt den Ball schon irgendwer von uns und dann ist er irgendwie im Tor und irgendwie kann 96 nicht. Entweder es geht zielstrebig nach vorne, kontrolliert in einem sauberen Spielaufbau oder aber es kommt das dabei rum, was gerade dabei rumkommt und zwar deutlich zu wenig, zwei Punkte in der Rückrunde. Das ist ein Armutszeugnis, das müssen wir auch so deutlich sagen, ist aber nicht weiter schlimm, weil sich jetzt alles entlädt in Peine Ost und ihr damit komplett leiden müsst und das lässt mich dann schon wieder fröhlich sein, ehrlich gesagt. Ja, wie hoch sind diesmal dein Tipp 16-0 oder so, ja? Ja, ich verstehe, dass du das machst, Thomas. Ich sehe dir das auch nach. Na, ich glaube schon, dass wir da 4-5-0 gewinnen. Also das glaube ich schon. Okay. Ehrlich gesagt, ich habe richtig Schiss. Ich bin jetzt ehrlich, komm. Ich bin ehrlich, ich habe Schiss. Ich bin, wir haben das ja schon, Tobi, wir haben das ja schon im Vorgespräch ein bisschen gemutmaßt, dass da gerade Not gegen Elend auf uns zurollen wird. Absolut. Mit irgendwie so einem 0-0 vor allem total angepisst, weil das Spiel auch noch scheiße ist, irgendwie aus dem Stadion gehen. Es hilft keinem weiter. Ich halte das für realistisch. Ich halte das für realistisch. Absolut. Ich bin übrigens überrascht. Also ihr habt ja einen gewissen Lauf auch gehabt. Also im Prinzip, wir müssen gar nicht nur auf 96 schauen, wir können auch auf euch schauen. Denn auch ihr habt dann Nürnberg und dann bei uns einen Punkt geholt und seid dann auch gut in die Saison reingekommen. Wart eigentlich im gesicherten, gesichertes Mittelfeld, nicht punktetechnisch, aber platztechnisch. Und auch ihr habt in der Rückrunde jetzt nicht so wirklich überzeugt, wenn wir mal ehrlich sind, dann letztes Spiel Nürnberg, die auch wirklich jeden Punkt brauchen. Also an sich ein dankbarer Gegner. Ihr kriegt da auf die Mütze. Ich meine, schönen Derbysieg für Dieter Hecking, das freut mich natürlich. Aber letzten Endes, was ist denn bei euch? Du hast es auch nicht besser. Tatsächlich nein. Aus mehr einer Mischung, aus etwas anderen Gründen. Also das eine ist, das ganze Drama fing tatsächlich an mit unserem bisher einzigen Auswärtssieg in Magdeburg, weil sich dort Brian Behrendt in der Innenverteidigung an der Bank schwer verletzte, das ist immer noch, jetzt mittlerweile in der Reha immerhin. Und dort auch Emmanuel Ferrai ausfiel oder sich da verletzte. So mit irgendeinem ganz komischen, auch nie so ganz 100 Prozent kommunizierten Oberschenkelverletzungsproblem. Der spielte zwischendurch mal so ein bisschen, dann war er wieder ganz weg und dann war er ganz raus. Und man muss schon sagen, kurz darauf, nee, nicht kurz darauf, sondern mit Ende der Rückrunde wurde auch bekannt, dass Benkovic eigentlich nur noch unter Schmerzen spielte, also unter zweiter Innenverteidiger. Ein bester Zweikämpfer der zweiten Liga in der Innenverteidigung. Damit brach, dass die komplette Innenverteidigung, die ja eine ziemliche Bank war und auch zu der Stabilisierung eigentlich beitrug und eben Ferrai, dass das kreative Moment bei uns im Mittelfeld, ansonsten gibt es da nicht so viel. Also da brachen gleich drei Säulen weg und seitdem haben wir verletztenstechnisch also echt die Scheiße am Hacken, muss man wirklich so sagen. Also wir haben in Nürnberg ohne vier Innenverteidiger gespielt. Schiele hat trotzdem, was ich nicht verstanden habe, mit Dreierkette spielen lassen, hat einen linken Verteidiger in die Innenverteidigung geschickt, was auch prompt in die Hose gegangen ist. Guter Trainer. Ja, ist er eigentlich, aber es gibt schon mittlerweile, also man kann, glaube ich, nicht alles aufs, nee, nicht glaube ich, man kann nicht alles aufs Verletzungspech schieben. Und das wird eine Menge Einfluss haben, weil eingespielt ist da gar nichts mehr. Ferrai mittlerweile hat ja groß aufgespielt gegen Bielefeld. Da merkte man, der ist langsam wieder zurück. Allerdings, ja, er musste zu viel wechseln, aber muss auch sagen, hält da doch sehr an der Dreierkette fest. Und das ist auch nicht verständlich, also da sind die Verletzungen auch nicht ausschlaggebend aus meiner Sicht, dass wir, ich weiß nicht, 13 Gegentore nach Standards bekommen oder nach Flanken bekommen. Also gegen Bielefeld, Quatsch, gegen Nürnberg, das 1 zu 0, war so eine Blaupause wie das dritte Tor, was wir gegen Bielefeld kassiert haben. Wo wirklich kurz vor dem Fünfer alles muttersehend allein frei steht vom Gegner. Da denkst du, das nach dem Standard, nach dem ruhenden Ball, warum? Wir sind ja oder waren gerade sehr anfällig nach frühen oder gehen für frühe Gegentore. Da haben wir ja jede Menge bekommen, wo du denkst, irgendwann wirklich schon dachtest, das darf doch nicht mehr wahr sein. Du kannst doch nicht ständig nach zehn Minuten wie zwei Treffer kassieren. Dann läufst du diesen Rückständen hinterher. Musst natürlich sagen, das ist das, was das Team in die Waagschale werfen kann, die Moral stimmt. Also selbst ein 3 zu 0 Rückstand gegen Bielefeld kriegen die noch irgendwie so ganz schlimmes Spiel für euch, das glaube ich wohl, wo ihr schon sehr triumphierende Tweets abgesetzt habt. Ja, ja, ja. Wo man sagen muss, da war ich relativ angepisst, dass wir das Spiel nicht noch gewonnen haben, weil wir noch 20 Minuten Zeit hatten und Bielefeld wirklich unterirdisch schlecht gespielt hat. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, wir stehen uns da oft selber im Weg und ich habe so die Wahrnehmung, es so richtig findet auch der Trainer da kein Mittel, mal so richtig Stabilität ins Team wieder reinzubringen. Und bei allem, was in der Verteidigung vielleicht noch erklärbar ist durch die vielen Wechsel, dadurch, dass wirklich nur die Notbesetzung in der Defensive spielen kann, erklärt nicht den offensiven Offenbarungseid gegen Nürnberg zum Beispiel, weil da kam ja gar nichts, also wirklich gar nichts. Und da haben wir vorne fast quasi in Bestbesetzung gespielt. Mal schauen. Also klingt nach einem Trainerwechsel nach der Derby-Niederlage für euch. Ja, das ist halt, das ist so ein bisschen der Scheideweg, glaube ich. Ja, meinst du? Ja, also wenn wir das Derby tatsächlich verlieren sollten, wovon ich mal nicht ausgehe, dann brennt auf jeden Fall fenseitig natürlich ein Braunschweig der Baum, aber so richtig, weil wir haben jetzt aus den letzten zwölf Spielen sagenhafte sieben Punkte geholt. So, wenn du dann noch das Derby verlierst, dann wird es langsam schwierig zu überlegen, okay, Trainer, mach mal weiter. Wobei es nicht nur beim Trainer liegt, da können wir auch über Peter Vollmann, den Sportdirektor, sprechen. Gewinnt man das Derby, wovon ich natürlich stark ausgehe, hat man wieder ein bisschen Ruhe reingebracht, muss man schon sagen. Das Doofe ist, und davon gehen wir mal nicht aus, es gibt so einen scheiß Unentschieden, dann hast du, dann bist du in so einer Mittelposition, eigentlich musst du sagen, ja gut, dann hast du 13 Spiele, 8 Punkte, das hilft keinem weiter im Abstiegskampf, aber zumindest hast du das Derby nicht verloren. So, dann keine Ahnung, was dann passiert oder passieren sollte. Nee, aber Unentschieden wollen wir doch beide nicht. Also, das, nee, es muss einen Sieger geben, das Unentschieden in der Hinrunde fand ich, also damit kann ich schlechter leben, als mit einer Niederlage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist so, das ist so gar nichts. Ja, und entweder, also ich möchte mich dann schon richtig über die Mannschaft ärgern können, dass sie nicht kapiert hat, um was es in dem Spiel geht, oder aber mich halt freuen können, dass sie es ernst genommen hat gegen nicht ernst zu nehmende Gegner. Das habe ich ja in der Hinrunde schon gesagt und ich wiederhole das. Ja, also, Parne Ost ist nicht ernst zu nehmen für Hannover 96. Das waren sie selten und in den Zeiten, in denen sie es gewesen sind, da haben die meisten von uns noch nicht gelebt. So, und seitdem muss man ganz klar sagen, ist 96 mindestens eine Nummer zu groß. Du brauchst jetzt nicht über Pokalspiele reden, irgendwie Anfang der 2000er, das ist nicht weiter wichtig. Ja, das ist ein Ausrutscher gewesen. Ich meine, du siehst ja jung geblieben aus, aber 2013, äh, 2014 warst du doch schon auf der Welt, oder? Ja, über das Derby müssen wir auch nicht sprechen. Das sind Ausrutscher, das sind ja Ausrutscher. Ja, das war in der Tat ein Riesenausrutscher. Ja, aber in der Regel muss man ganz klar sagen, also die wahren Kräfteverhältnisse haben sich dann schon gezeigt in den beiden Saisons, als beide zusammen in der Regionalliga gespielt haben. Da hat euer Team auch nicht so gut ausgesehen, zu Recht nicht gut ausgesehen. Und da erinnere ich mich an, wie gesagt, schöne Spiele. Und auch danach war es dann schwierig, weil ihr immer der Underdog gewesen seid, der dann besonders heiß ist. Wie gesagt, besonders, ich fand das, in der Bundesliga-Derby fand ich gar nicht so schlimm. Das Pokal-Derby hat mich viel mehr getroffen. Echt? Lass ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, doch. Weil da bin ich auch sehr überheblich, also ich neige vielleicht auch ein bisschen dazu. Oh, kommt kaum durch Tobi. Sehr überheblich in die Stadt gefahren. Da konnte man auch noch völlig frei fahren, witzigerweise. Und das war, also ich habe mit vielem gerechnet, aber damit tatsächlich nicht. Also die Treffeverhältnisse waren für mich so völlig klar. Drittligist gegen den Bundesligisten. Tja, und dann kommt es aber eben, wie es manchmal so kommt. Und deswegen sind die Derbys, wenn man in einer Spielklasse ist, glaube ich, die treffen mich da nicht so, aber das Derby hat mich getroffen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja das Schöne, Tobi, und das macht mich jetzt auch sehr sicher, dass wir dieses Derby gewinnen werden, weil ihr eben mit dieser Grundüberheblichkeit in diese Spiele reingeht und dann total überrascht seid, wenn Eintracht da einen guten Fußball spielt. Unsere Mannschaft nicht. Und einen guten Fußball spielt. Nee, ich weiß. Das haben wir im Hinspiel schon gesehen. Ja, aber ihr spielt da keinen guten Fußball. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, bitte. Also, ich gönne euch ja wirklich nichts, aber wir müssen ja schon realistisch bleiben. Guten Fußball spielt ihr nicht. Ich fand, wir haben gegen Bielefeld ziemlich guten Fußball gespielt sogar. Ihr seid gut zurückgekommen. Ja. Weil Bielefeld sich nach dem 3 zu 0 gedacht hat, okay, das Ding ist in der Tüte. Das haben wir sicher. Vielleicht geht ihr auch in Führung. Das würde uns im Moment sehr in die Kartenspiel, weil so, ah, guck mal läuft doch. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, dass wir 3 zu 0 führen, aber ihr kommt halt nicht zurück gegen uns. Torreiches Spiel wird das, wenn wir dann 5 zu 3 gewinnen. Na, schön. Ich freue mich drauf. Das wäre doch mal schön. Ein schönes Torspektakel. Wer soll denn bei euch fünf Tore schießen? Sind wir doch mal ehrlich. Ferrai, Utscher, Kaufmann. Da gibt es ein paar. Also Ferrai musst du nur in den ersten Minuten so ein bisschen ärgern, dass er erstens seine Lust am Fußball verliert. Denn er ist ein guter Fußballer. Das solltet ihr ihn ärgern bei euch. Da gibt es genug Leute. Also Fabi Kunze muss zurückkommen und der tritt den Ferrai mal zwei, drei Mal in den ersten 10 Minuten gegen Knöchel, dass er keinen Bock mehr hat und am besten zu einer Tätlichkeit dann sich hingerissen fühlt. Ich glaube, Ferrai neigt zu solchen Dingen und dann ist das Ding eh schon gelaufen. Wobei, das brauchen wir auch gar nicht. Was mache ich hier eigentlich? Das brauchen wir gar nicht. Das ist wieder typisch. Nee, brauchen wir nicht. Außer schmutzige Treterei nichts anzubieten. Gucken wir mal. Elf gegen elf. Also Ferrai schenkt euch ein. Nein, sagen wir sicher. Der hat richtig Bock, der Junge. Aber du meinst, wie im Hinspiel? Ach Gott, wenn er nicht, dann Utscher. Ist doch egal, wer die Tore gegen euch macht. Meine Güte. Ja, ja. Ich sehe schon. Aber ich gönne es euch. Also ich habe das im Hinspiel schon gesagt. Ich freue mich wirklich, wenn ihr so richtig viel Hoffnung in dieses Derby legt und da auch frohen Mutes seid. Mir unerklärlich, weshalb. Aber diesmal wird es halt echt für euch bitter. Und das tut mir fast schon leid. Mir tut es fast schon leid, weil ihr dann so gut wie sicher abgestiegen seid. Diese Derby-Niederlage wird euch so das Genick brechen, dass ihr dann doch im nächsten Jahr euch wieder messen müsst gegen Freiburg 2, gegen 1860 München. Wobei, das ist gar nicht so schlimm. Aber Rot-Weiß Essen ist da auch nicht so geil. Hast du nicht schon mal geguckt, wer so Nachfolger von Leitl werden könnte, nachdem ihr aus dem Tempel geflogen seid? Also ich habe da Ideen. Also Rückrunden letzter und Derby verlieren, macht keinen Spaß dann. Das wäre, nee, also bin ich bei dir, Thomas. Aber dann bin ich bei dir. Also wenn das Derby verloren wird, das wird ihnen noch nicht den Job kosten. Aber wenn du Derby und Sandhausen verlierst, dann brauchst du aber gute Argumente, um zu sagen, wir müssen nicht handeln. Aber es passiert halt nicht. Das ist das Gute. Kleiner Seitenstrang, Sandhausen ist auch so ein richtiger Kackgegner. Absolut. Ja, also ich bin ja selten der Meinung von Martin Kind, also so gut wie nie. Aber als er dann gesagt hat, das nervt ihn, sich mit Sandhausen messen zu müssen. Das verstehe ich. Nervt mich auch mit den Peinern, sich messen zu müssen. Aber das ist dann wenigstens noch Emotion. Von daher, das ist okay. Also lieber gegen euch, als gegen Sandhausen. Also da du ja ein netter Mensch bist, nochmal ein gut gemeinter Rat. Versetz dich nochmal so emotional in die damalige Niederlage beim Pokal. Dann bist du wenigstens vorbereitet für das Spiel in Braunschweig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe weniger Vorfreude tatsächlich als in der Hinrunde. Also in der Hinrunde habe ich mich echt richtig auf das Spiel gefreut, weil ich der Meinung gewesen bin, das rocken wir und da geben wir euch so richtig einen mit. Und jetzt muss ich schon sagen, es ist tatsächlich ein Knackpunkt Spiel, also für beide Seiten ja offensichtlich. Und da ist schon enorm Feuer drin und deswegen befürchte ich tatsächlich, und wenn selbst Anna das sagt, das wird so ein 0-0, von dem keiner was hat, ein richtig schlechtes Spiel, ohne Torraumszenen, ohne Emotionen, das wäre das Schlimmste. Ja, genau. Ja, also, und wie schlimm ist denn bitte bei euch an Karten zu kommen, Thomas? Also ich meine, Heimfans wollen das so eigentlich gar nicht sehen, oder, eure Spiele? Schlimm an Karten zu kommen, wie meinst du das? Ja, also schwer an Karten zu kommen. Ach, schwer an Karten zu kommen. Ja, ja, ja. Ja, ja, also es liegt wahrscheinlich nur an dem Gegner, ne? Schwer an Karten zu kommen für Auswärtsfans oder für Heimfans? Ja, ja, für Auswärtsfans. Ach so. Gut, klar, der Block ist halt auch mini, ja, also da müssen wir auch ehrlich sein. Aber auch so, also ich ist bei euch, ich habe versucht, darf man das überhaupt öffentlich sagen, aber ich habe natürlich versucht, Karten zu bekommen, außerhalb der Gästekarten, weil ich ja auch ein vernünftiger Mensch sein kann, der sich neutral kleiden kann und da nicht groß rumpöbeln muss in irgendwelchen anderen Blöcken. Aber selbst das ist mir nicht gelungen. Also ich verstehe ich gar nicht. Es gab die Karten irgendwie gar nicht zu kaufen. Gab es die nur für euch Mitglieder oder? Ja, es gab mehrere Phasen. Es gab erst, oh Gott, wie war das, Mitglieder, dann Dauerkartenbesitzer, war ich überhaupt nicht verstanden, aber ehrlich gesagt, was das sollte. Ich meine, ich habe eine Dauerkarte, ich brauche keine Karte. Ja, wirklich. Machen wir aber auch so. Etwas seltsam, dann wahrscheinlich freier Verkauf. Ich habe es nicht mehr so genau verfolgt, weil mit Dauerkarten dann brauche ich mich nicht groß um Kartenverkäufe kümmern. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Insofern, ja, Gott, kleines, gemütliches Stadion. Eintrachtstadion wird es auch weiterhin heißen, nicht irgendwie HDI Arena oder wie heißt das komische Ding da bei euch mittlerweile? AWD, HDI. In dem Sachsenstadion heißt es. Nein, heißt es ja eben nicht. Ihr habt eure Seele ja verkauft, aber für Geld macht ihr und Kind ja alles. Insofern passt das ja nicht ganz gut zusammen. Also bei Kind bin ich bei dir, bei uns bin ich nicht bei dir. Ja. Hättet ihr da vielleicht auch mal ein Crowdfunding machen können, so wie ihr Braunschweiger, um den Stadionnamen zu retten. Wäre mal eine Aktion. Also ja, ich finde, das war echt eine gute Aktion. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also hat mir auch gefallen, dass ihr das so gemacht habt. Also es gibt ja nicht viel Positives aus dieser wirklich widerlichen Stadt zu berichten, aber das war, das war eine gute Aktion. Glückwunsch dazu. Finde ich gut, dass ihr den Namen da quasi behalten könnt. Ja, ich befürchte, da wird bei uns ein Mann was dagegen haben. Also selbst, wobei eigentlich, eigentlich dürfte ihm egal sein, wer ihm da die, also so viel wird Heinz von Haydn auch nicht zahlen. Also eigentlich müsste ihm ja egal sein, wo das Geld herkommt. Hauptsache das Geld kommt. Und ja, aber gut. Also gute Aktion von euch, also das muss ich ja mal tatsächlich neidlos anerkennen. Wobei neidvoll eigentlich, aber zumindest anerkennen. Ist, in Braunschweig, habe ich sie nicht ganz unumstritten, tatsächlich. Ehrlich? Ich will es halt. Kann man dazu auch sagen. Ja, ähm, also es gibt die, die sagen, ist mir eigentlich scheißegal, ob das Wolters Tempel heißt oder irgendwie, ähm, ich sage sowieso immer Eintrachtstadion, was juckt mich, wie das Ding heißt und dafür gebe ich doch kein Geld her. Ähm, die anderen sagen, das Geld könnte man lieber bei den Spielern investieren, das hat mehr Sinn. Und, äh, Aber das möchte auch keiner bei euch spielen. Also immer mal ehrlich. Ach so, du meinst so wie Ferrei, den eigentlich die ganze Liga inklusive der ganzen ersten Bundesliga haben will. Solche Leute meinst du, die nicht bei uns spielen wollen? Ist der, ist der gekauft? Der ist, der ist fest, der gehört euch. Ja, ja. Naja. Ja gut, im Sommer ist er weg, aber, ähm, schade, das Einzige, was ich schade finde, dass er nicht zu uns kommen kann. Das steht, das steht zu befürchten, dass er weg ist tatsächlich. Also der, also der wird, der wird aber nicht in die zweite Liga gehen, weil. Nein, nein, der geht in die erste Liga. Freiburg wäre doch ein ganz guter Verein. Irgendwie sowas. Also, kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass der bleibt tatsächlich. Aber das war echt ein guter Griff, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich kannte den bisher nur vom Footballmanager, aber da habe ich ihn auch jedes Mal, wenn ich eine Karriere gestartet habe, von Dortmund 2, habe ich dann den Ferrei verpflichtet. Das hat mir wehgetan, als er dann im Sommer beim falschen Verein unterschrieben hat. Hätte ich auch tatsächlich gern bei uns gesehen. Jetzt natürlich nicht mehr, jetzt ist einfach ein Der Junge hat halt Sitt und Anstand und weiß, wo es sich gehört hat. Ja, oder so ähnlich. Ja, ist klar. Genau. Wo waren Stiegeln wir? Achso, bei den Stadionnamen. Also, ich, mein Gott, ich bin Fußballromantiker, gebe ich ehrlich zu. Ich bin ja direkt am Stadion aufgewachsen. Ist das so? Ja, tatsächlich. Also, ich bin aus der Haustür raus bei uns, einmal über die Straße und dann stand ich am Eingang Guntherstraße tatsächlich. Ach, das ist ja spannend. Ja. Ich wollte schon fragen, wie konntest du dem Unfall kommen? Aber da kannst du ja quasi gar nichts für. Ja, Glück gehabt. Einfach mal Glück gehabt im Leben. Ja. Ich stelle mir vor, ich wäre, nee, stelle ich mir lieber nicht vor. Nein, nein. Doch, 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 gerne. Nein, nein. Aber uns gibt es nur in der näheren Umgebung halt keine Wohnung. Also, das, ähm. Achso. Naja, stimmt, ja. Naja, wobei, Linden ist jetzt auch nicht so weit weg. Also, ja. Es gab, es gab, es gab doch früher mal Beschwerden, wenn da Konzerte im Stadion waren. Also, als es noch Niedersachsen-Stadion hieß, ne? Da gab es noch mal. Ja, so weit weg sind ja auch die, die, also nur direkt über die Straße, das funktioniert bei uns dann nicht, äh, weil wir einfach auch eine richtige Stadt sind und nicht nur so eine, äh, so ein kleines Dorf. Ähm, von daher ist es halt bei uns alles immer ein bisschen weiter weg. Aber, ja klar, also, das Stadion hörst du natürlich. Das ist ja logisch. Und wenn dann da Bands spielen wie ACDC oder so, dann ist das natürlich laut und dann, ähm, kann man sich auch beschweren, wobei es kann man auch lassen. Also, ist doch schön, wenn es da so Konzerte gibt. Wollte ich gerade sagen. Gibt's bei euch nicht, ne? In dem, ähm, in der Ruine, ne? Ähm, gab es tatsächlich in den 90ern, in den 90ern, nö, oh Gott, ähm, äh, oh, eine Band bei euch aus der Stadt, Viewer in this Florida House zum Beispiel. Ähm, Eros Ramazzotti hat da mal gespielt, da erinnere ich mich noch. Äh, Herbert, Herbert Grönemeyer, ähm, Nena, oh Gott. Es gab ein paar, aber wird auch nicht mehr gemacht. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es halt mitten in dem Wohngebiet liegt. Ja. Und, ähm. Das ist schade. Ja, das ist, das ist wirklich schade, ja. Aber, wer möchte denn da wohnen auch? Aber gut, okay, das ist halt, in eurer Stadt ist einiges so ein bisschen seltsam. Ja. Das muss ich ja nicht verstehen. Als Hauptstädter. Ja, als, äh, Möchtegern-Metropole, das stammt. Hm, Möchtegern, auf jeden Fall. Ja. Damit kennt ihr euch aus. Möchtegern-Wert, wärt ihr gerne, aber seid ihr nicht. Okay, okay. Also, Hauptstadt sind wir schon. Da könnt ihr jetzt nichts, äh, dran rütteln. Tja. Das ist wahr. Oder ist das genau so ein Skandal wie eure Teilnahme an der ersten Bundesliga-Saison? Ich denke nicht. Also, dass wir Hauptstadt wurden, ähm, war, glaube ich, klar. Eure Bundesliga-Teilnahme war ja dann schon erkauft. Das, was da dann klar war, naja, ich meine, das war ja mal, ich muss mal sagen, ein fairer Ausgleich. Ich meine, dafür, dass ihr uns die Hauptstadt geklaut habt, ähm, sind wir weniger, wenigstens berechtigterweise als in die Bundesliga an den Start gegangen. Ich meine, was will Hanoi in der Bundesliga? Mal ganz ehrlich, braucht kein Mensch, will keiner hin. Passte schon. Da weiß ich nicht ganz, ob das so stimmt, aber, also, wenigstens diesen einen Triumph gönne ich euch. Ihr hattet ja nicht viel. Das ist ja so klassisch, also, ich meine, eine Meisterschale aus der ersten Liga, habt ihr aber auch nicht, oder? Mhm. Na, noch nicht. Naja, kann nicht, kann ja noch nicht, na klar, kann ja nicht mehr lange dauern. Nachdem ihr, und jetzt kommen wir mal wieder zu ernsten Themen, ähm, euch die Lizenz anzogen wurde, wegen Verstoß gegen die 50 und 1 Regel. Nein, ganz kurz, tatsächlich mal ernst geworden, Tobi, ähm, ich hab das so ein bisschen am Rande verfolgt, ähm, die Geschichte um Martin Kind mit irgendwelchen geheimen Zusatzabsprachen oder Verträgen oder keine Ahnung was, erzähl noch mal ein bisschen, worum ging's da konkret, ähm, was ist daraus eigentlich geworden, war jetzt, ähm, vor kurzem wieder, ähm, ein Update und, äh, wie ordnest du das eigentlich als 95 plus 1-Kenner, der du ja nun mal bist, naturgemäß eigentlich ein? Also wir, haben wir hier seit längerem das Bestreben, dass der Verein halt Martin Kind loswerden möchte, da halten wir erstmal fest, blicken wir da mal kurz zurück, es gab ja dann auch die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer, der Profispiel Betriebsgesellschaft, was dann vor Gericht keinen Bestand hatte, nicht letztendlich entschieden, aber zumindest, ähm, gab es da, ähm, eine Instanz, die das, ähm, abgelehnt hat und eine weitere Instanz, die dann zumindest mal gesagt hat, also eine 1-2 Verfügung kriegt ihr dafür auch nicht, aber das ist noch ein schwebendes Verfahren. So, warum ist das überhaupt so? Weil natürlich muss man ganz ehrlich sagen, Martin Kind meint das vor allem gut mit Martin Kind und das zeigt er auch und jetzt kann man in Hannover sich sicherlich vorwerfen lassen, dass man das hat, ich sag mal, 15, 16 Jahre einfach so durchlaufen lassen, dann erst relativ spät angefangen hat, sich dagegen zu formieren und das zu verhindern und nichtsdestotrotz ist es nun mal so, dass das Konstrukt Hannover 96, was den Profisport angeht, also den Fußball angeht, sehr auf Martin Kind zugeschnitten ist und das auch noch immer und der Verein, der eigentlich nur noch eine Hülle ist, die man braucht in dem Konstrukt, um eben 50 plus 1 zu wahren, weil der Verein eine Gesellschaft hält als Komplementärin zu 100%, die aber, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem und das, worauf du anspielst, überhaupt keinerlei Befugnisse mehr hat, also sie schafft es ja noch nicht mal, den Gesellschafter Martin Kind abzuberufen, weil es dafür immer eines Aufsichtsratsbeschlusses in dieser Management GmbH, so heißt die nötig ist, eines Aufsichtsratsbeschlusses Bedarf und dieser Aufsichtsrat ist paritätisch besetzt und du wirst da nie Mehrheiten bekommen und das war genau der Kasus Knack, das ist weshalb Martin Kind nicht abberufen, zumindest nicht rechtskräftig abberufen wurde und jetzt könnte man sagen, okay, wenn also der Verein da überhaupt nicht mehr Einfluss nehmen kann, ist dann überhaupt noch 50 plus 1 erfüllt. Die DFL hat gesagt, na gut, das Abberufen des Geschäftsführers ist jetzt nicht zwingend erforderlich, um 50 plus 1 zu wahren, sondern der Verein muss ein uneingeschränktes Weisungsrecht haben, in Klammern, was der Gesellschafter im Gesellschaftsrecht ebenfalls haben muss gegenüber seinem Geschäftsführer. Also das Recht hat der Verein auch, das Problem ist nur, dass Martin Kind sagt, ich fühle mich daran nicht gebunden. Also der Verein kann von mir fordern und erwarten und alles mögliche machen, aber das interessiert mich mal gar nicht. Letztes Beispiel, dann die Vertragsverlängerung von Markus Mann, dem man inhaltlich sicherlich nicht widersprechen kann, die aber grundsätzlich zustimmungspflichtig gewesen wäre, der Verein hätte beteiligt werden müssen, wurde er nicht. Und das wird hier auch so bleiben. Jetzt ist natürlich die DFL gerade auf dem Weg 50 plus 1 tatsächlich auch rechtssicher, vermeintlich rechtssicher zu machen, zumindest für Deutschland, geht da auch das Kartellamt zu, das ja gesagt hat, also Freunde, mit euren Ausnahmegenehmigungen, das funktioniert so nicht. Und man versucht da jetzt einen Kompromiss zu finden, was ich erstmal grundsätzlich, klar, mir wäre auch lieber keine Ausnahmegenehmigung, aber jetzt gibt es nun mal welche, die mögen im Zweifel auch begründet sein. Halten wir aber den Status quo fest und daran ist ja gerade die DFL bestrebt. Das empfinde ich als positiv, weil ist das in Deutschland rechtssicher, geht es nur noch in Europa, das in irgendeiner Art und Weise zu stürzen. Also das ist schon mal dann eine Hürde, die man da aufbaut, das finde ich gut. Martin Kind wird es nicht gefallen und Martin Kind ist es auch, glaube ich, relativ egal, weil der erfährt ja auch, und das muss man ehrlicherweise sagen, dass die DFL da auch nicht durchgreift. Grundsätzlich müsste die DFL sagen, pass auf, da sind Weisungen, an die hast du dich zu halten, hältst du dich nicht daran, gibt es Sanktionen von uns. Weil dadurch ist dann 50 plus 1 nicht erfüllt. Gibt es die? Nein, es gibt Gespräche. Also jetzt kann man natürlich immer sagen, okay, das ist im Sinne des Fußballs, das ist im Sinne von Hannover 96, weil ein Lizenzentzug, der auch nicht im Raum steht, weil das wäre nicht die erste Maßnahme, die man dann treffen würde von DFL-Seite. Man könnte dann mit irgendwelchen Auflagen kommen, man könnte auch mit Punktabzügen kommen. Also Lizenzentzug ist dann, glaube ich, erst, wenn du gar nicht mehr reagierst. Also könnte man jetzt sagen, okay, das ist im Sinne von Hannover 96, dass da Gespräche geführt werden. Ich muss aber sagen, das ist nicht im Sinne von 50 plus 1. Und mir wäre lieber, die DFL zeigte eine klare Kante und würde nicht einen Spalt offen lassen, dass eben solche machen, also guck mal, Dietmar Hopp, ich weiß, Dietmar Hopp ist ein sehr kritisch gesehener Mensch, aber was hat der gemacht, als jetzt klar war, das Kartellamt duldet keine Ausnahmegenehmigung, der gibt seine Anteile zurück. Und zwar, der möchte gar nichts dafür haben. Der gibt sie einfach zurück in den Vereinsbesitz, damit in Hoffenheim wieder 50 plus 1 erfüllt ist. Also, das kann man auch machen. Ja, Beschallungsanlagen und irgendwelche Gerichtsverfahren für, also, verurteile ich zutiefst. Nichtsdestotrotz ist das ein anderer Geist, der jetzt sagt, ich gebe meine Anteile zurück, als der Geist von Martin Kind. Und Martin Kind wird immer verbunden sein mit dem Kampf gegen 50 plus 1. Und ich möchte nicht, dass Hannover 96 verbunden ist mit dem Kampf gegen 50 plus 1. Ich möchte, dass wir eine Festung sind für 50 plus 1. Und deswegen kann Martin Kind hier nicht bleiben. Es gibt nur eine Lösung für Hannover 96, die ist, dass Martin Kind hier nicht mehr tätig ist. Kind muss weg und das uneingeschränkt. Und solange das nicht ist, wird das hier auch nie gut werden. Jetzt habe ich mich wieder, komisch, bei Kind rede ich mich immer in Rage. Das war gar nicht meine Absicht, Thomas. Ich weiß auch gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Doch, hast du. Und mir hat es gefallen, vor allem dein Plädoyer für 50 plus 1, hat mir sehr gut gefallen. Also, dass du möchtest auch, dass dein Verein, so sehe ich ihn auch sonst ablehne. Ja, sei dir auch begönnt. Aber, dass du möchtest, dass auch so ein Verein, ist ja zumindest ein Traditionsverein, auch für 50 plus 1 steht. Das gefällt mir halt gut. Ja, das muss auch so sein. Und es ist einfach, es ist seit Jahren wirklich, also, macht es mich wahnsinnig, dass Hannover 96 mit Martin Kind gleichgesetzt wird und dann auch gleichgesetzt wird mit dem Kampf gegen 50 plus 1. Wir tun hier alles in Hannover, aber wir kämpfen nicht gegen 50 plus 1. Das macht eine Person und die Leute um ihn drumherum. Und da muss man halt auch sehen, wir haben uns dann den Verein zurückgeholt. Gut, die Frage ist, was hat es am Endeffekt gebracht? Aber nichtsdestotrotz wird dieser Kampf für 50 plus 1 in Hannover mitgekämpft. Und das ist wichtig. Und wir müssen uns diesen Leuten entgegenstellen, die Investoren hier reinholen wollen. Ich möchte keine englischen, amerikanischen Verhältnisse, dass wir jetzt hier irgendwelche Franchise gründen, die eigentlich von Stadt zu Stadt ziehen. Ja, auch das, Vintors, also ich meine, da können wir in Hannover auch ein Lied von singen. Der kauft hier eine Immobilie, verspricht hier sie zu sanieren, macht überhaupt gar nichts, nullkomman nichts, nichts nada und wird am Ende vielleicht trotzdem noch Geld damit verdient haben, obwohl er nichts gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Menschen sind mir einfach doch zuwider. Ich kann es gar nicht freundlicher ausdrücken und das ist eine Art des Turbokapitalismus, die ich nicht teilen kann. Und da ist es gut, dass Fußball mit 50 plus 1 so eine kleine Schutzmauer gebaut hat und die muss bitte unbedingt bleiben. Das ist, Tobi, würde ich sagen, ein schönes vorletztes Schlusswort, was du da gesagt hast. Das gefällt mir sehr gut. Damit hätten wir einen sehr schönen Ausklang und ich würde nur sagen, wir haben uns zu sehr diszipliniert. Jetzt sind wir gerade mäßige 10 Euro zusammengekommen für die Robert-Enkel-Stiftung. Ja, das stimmt. Geben bei jeder 25. Machen wir einen Fuffi draus. Ja, machen wir einen Fuffi draus, jeder 25. Das ist dann wenigstens eine runde Summe. Ja, genau. Absolut. So machen wir das. Gut, Tobi, dann gucken wir mal, was am Sonntag im Eintracht-Tempel passiert. Es wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Also wirst du da sein? Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Das tut mir leid, dass du dir das da wirklich vor Ort angucken musst. Hast du Leute, die dich stützen werden? Wird schön. Du meinst, mit denen ich hinterher schön feiern gehen kann, den Sieg? Ja, da gibt es einige. Doch, doch. Nee, so ähnlich. Also die mich dann stützen, weil ich Sieg ist trunken, fast umfalle. Oder wollt ihr es trinken? Ja, ja, da gibt es welche. Doch, doch. Ach, das trinkt man nicht. Gibt es bei euch im Stadion? Gibt es eigentlich Alkohol im Stadion? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist alkoholfrei alles dann am Sonntag. Also es wird ja, also ernsthaft, natürlich gibt es Bier mit Alkohol. Mal gucken. Ich habe auch noch nichts gehört, ob es wegen des Derbys, manchmal machen die das ja, irgendwie. Ich meine jetzt wegen des Derbys, weil bei uns gab es bei den letzten Derbys keinen Alkohol. Ja, deshalb, ich habe nichts darüber gehört bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist noch nichts verlautbart worden, oder es ist total mir vorbeigegangen. Spricht aber auch für dich, wenn du dich dafür nicht interessierst. Aber das ist halt auch okay, weil du bereitest dich jetzt schon mal emotional darauf vor, wie du dich dann auffangen lässt und dich selber vielleicht aufhängst. Und das ist auch okay. Also ich werde dir auch immer zuhören, Thomas. Ich bin dann wirklich, also ich werde natürlich hämisch dir begegnen, aber immer zugewandt. Ja, weil dich als Mensch schätze ich für deine schlimmen Vorlieben. Eine letzte Frage, Tobi. Kommt eigentlich, Braunschweig wird fallen als Tweet. Ich warte schon den ganzen Tag drauf. Nee, weil ich den Namen nicht in dem Spreng. Es hat schon so wunderbar funktioniert in der ganzen Rückruf. Und weißt du, das Schlimme ist, also das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das hat Danny, der Fürth-Fan Danny, in der Saison des Aufstiegs vor jedem Spiel gemacht. Und das hat funktioniert. Das habe ich mir einfach nur blöd abgeguckt. Und habe es dann aber auch schon gelassen. Selber kreativ sein ist nichts für euch. Na neu, das weiß ich wohl. Das wundert mich jetzt nicht diese Geschichte. Nee, aber er wird nicht kommen. Er wird nicht kommen, einfach weil ich den Namen dieser Stadt nicht in den Mund nehme. Verstehe. Aber sowas in der Art wird kommen. Ah, ich bin gespannt. Ich verfolge das. Ich weiß. Wie viele aus eurer Umgebung. Ich kann ja auch verstehen, dass man dann der großen Hauptschutz an den Lippen hängt. Ich freue mich da natürlich auch sehr drüber. Aber ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Das ist halt besser als jede Comedy-Show. Ich meine, klar. Ist ja unterhaltsam, was da so kommt. Schlagfertig bist du ja. Rostock wird fallen. Wird fallen, wird fallen, wird fallen, fallen, fallen. Und am Ende fallt dann doch nur ihr. Denkt mal drüber nach. Und geht zurück dahin, wo ihr hergehört, nämlich in den Amateurfußball. Und das ist doch etwas, worauf ich mich freuen kann. Merk mal, Tobi. Ich bin ja ein guter Gastgeber, deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so stehen, weil wir Voransprecher machen uns unsere Gedanken darüber, schmunzeln ein bisschen in uns rein und freuen uns auf ein schönes Siegeswollterst nach dem Spiel. Lass es dir schmecken. Wünsche dir auf jeden Fall trotz allem persönlich alles Gute. Noch einen schönen Abend und bedanke mich sehr herzlich, dass du bei mir zu Gast warst, weil es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Rory, muss ich ja auch zugeben. Vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen werde ich es bedauern, dass ihr absteigt, weil wir das dann so schnell nicht wieder machen werden können. Und auch dir und natürlich all denen, die dich verfolgen, die dich unterstützen, die dich jedes Mal sehen und hören, was sich sicherlich sehr lohnenswert darstellt, wenn man es mit euch irgendwie hält. Dann ist das, glaube ich, was ich mir auch anhören und ansehen würde. Also auch denen alles Gute. Nehmt es mir nicht böse und nehmt 96 nicht böse, dass sie euch den Todesstoß versetzen werden. Aber das ist unser Job und ihr kommt bestimmt wieder irgendwann. Und dann sind wir wahrscheinlich immer noch hier. Alles klar, in diesem Sinne, ich bedanke mich für die drei Punkte jetzt schon mal und wir hören uns dann in der nächsten Saison wieder. Alles klar. Dankeschön. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. Musik Musik